Herzlich Willkommen beim Schneiderwirt-Trio. A echte Dorfgemeinschaft. So heißt das neue Album mit einem bunten Mix an flotten, volkstümlichen Liedern. Wo nur jeder jeden kennt. Wir sind grüß euch oder vierteich und man hilft sich, wenn's wo brennt. Wir sind eine echte Dorfgemeinschaft. Wir halten immer zusammen. Jeder geht zwar seinen Weg, doch wir sind froh, dass wir uns haben. Braucht der Kurt ein neuen Kaport, wo's der Peter, wie man baut. Und der Sepp kommt mit der Fräsen, die den Schnee auf Zeiten haut. Wo's die alte Frau zum Doktor, ja, dann ist es kein Malheur. Weil dann macht der Junge noch was selbstverständlich, den Chauffeur. Wir sind eine echte Dorfgemeinschaft. Wo nur jeder jeden kennt. Wir sind grüß euch oder vierteich und man hilft sich, wenn's wo brennt. Wir sind eine echte Dorfgemeinschaft. Wir heuten immer zusammen. Jeder geht zwar nicht. Bei den drei steirischen Musikern spielt Tradition eine wichtige Rolle. Und das hört man auch in ihren Liedern. So wird von Erzherzog Johann dem steirischen Held. Die legendären Kernburm sind ihre künstlerischen Vorbilder. Mit Liedern, die einfach Freude machen und gute Laune bringen. Aber ich hab' dich und er hat sein Marie. Aber ich hab' dich und sowas kriegt er nie. Und schwimmt wer in einem Haufen Geld soll sein, mir ist es recht. Aber ich hab' dich und das ist das, was er gern möchte. Sichern Sie sich jetzt das neue Album A Echte Dorfgemeinschaft vom Schneiderwirt-Trio für nur 17,95 Euro. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie das neue Album vom Schneiderwirt-Trio A Echte Dorfgemeinschaft bei unserer kostenfreien Telefon-Hotline 00800 11 800 800 oder im Online-Shop von Melodie Express. Hast du schon gesehen, unser Apfelbaum, der blüht, fast noch schöner als im vorigen Jahr. Dass er nie mehr Äpfel tragen wird, ist uns alle leider klar. Hast du schon gesehen, unser Apfelbaum, der blüht. Den haben wir gesetzt, da war der Bauer so klein wie er. Heut gibt's Enker, die sagen, hey, was ist so schlimm. Oma, bitte, nehmt es nicht so schwer. Mein Freund, der ist ein Jägersmann und mir liegt's auch im Blut. Wir gehen so gerne auf die Birsch, den Gamsport auf dem Hut. Wir schauen von hohem Gipfel dann hinaus ins weite Land. Wir grüßen unsere Jägerschaft, so wie denn Wind bestand. Wie wär der Schneider zu ein Wirt, wie kann das sein, dass das passiert? Uns fragen sich viele Leute, wann sie da reinkehren heut. Es spürt der Wirt Harmonika und die Wirt, die bringt ein Schnaps. Drei Musikanten, der auffallende Erzherzog Johannhut, die steirische Landestracht und stimmungsvolle traditionelle Musik. Das ist das Schneiderwirt-Trio. Groß und stark, tief im Herz, Steiermark. Hohe mein Herz, genauso gehört's, weil ich da das Leben richtig spür. Hohe mein Herz, genauso gehört's, mein Schneiderland, ich gehör zu dir. Hohe mein Herz, genauso gehört's, weil ich da das Leben heut noch spür. Hohe mein Herz, genauso gehört's, mein Schneiderland, ich gehör zu dir. Sichern Sie sich jetzt das neue Album A Echte Dorfgemeinschaft vom Schneiderwirt-Trio für nur 17,95 Euro. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie das neue Album vom Schneiderwirt-Trio A Echte Dorfgemeinschaft bei unserer kostenfreien Telefonhotline 00800 11 800 800 oder im Online-Shop von Melodie Express.